Guten Morgen meine lieben Freunde, ich bin wieder back auf YouTube, wuh, nach einer langen Zeit, ihr habt mich alle vermisst, ich weiß es, auf jeden Fall bin ich wieder back auf Deutsch heute, denn ich fliege nach Berlin, wuh, Berlin, Berlin, Berlin is calling, okay, yay, wie ihr merkt, ich bin müde, denn es ist 6 Uhr morgens, ich habe keinen Kaffee bekommen hier im Münchner Flughafen, richtig traurig, und jetzt fliege ich nach Berlin, dann werde ich einen Jan auch treffen, der wird dann auch das Film wieder übernehmen, ich wollte jetzt nur hier mal Hallo sagen, um die Uhrzeit, weil ich gerade nichts zu tun habe, heute fliege ich zu meiner Produktion Firma, die einen Film über mich drehen, das wisst ihr alle noch gar nicht, also glaube ich zumindest, dass ihr es nicht wisst, aber auf jeden Fall, ja, es wird ein Film über mich gedreht, und da fliege ich heute hin zu denen, und dann habe ich noch ein Event von Samsung, denn heute werden die neuen Geräte vorgestellt, da freue ich mich auch schon, das ist mal ganz cool, und heute Abend geht es wieder zurück, ja, jetzt würde ich erst mal gerne Kaffee trinken, und dann dahin fliegen, und dann, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, ja, mehr geht es, das gerade nicht zu erzählen, wir sehen uns nachher, peace out! Wir sind in Berlin, und endlich ist der Jan wieder dabei, ich muss nicht mein Handy halten, danke dafür, ich muss nicht mein Handy halten, um zu filmen, ja, wir sind in Berlin, und es ist ja sogar schon Mittag, es ist 12 Uhr, wir waren heute Morgen bei der Produktionsfirma, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir haben da schön gefrühstückt, haben schon zwei Muffins gegessen, für die gute Sommerfigur, und müssen jetzt noch einen Schnelltest machen, weil für das Samsung-Event brauchen wir einen Schnelltest, wir sind zwar alle dreifach geimpft, aber ist notwendig, ist auch gut so, da müssen wir jetzt gleich hin, wieder ein Stärbchen in die Nase, und dann geht das Event los, ich bin voll gespannt, ich darf aber erst ab vier irgendwie posten, aber werde die ganzen Geräte davor sehen, und ich bekomme auch dann mit einer als erstes, mit als erstes, weltweit, das Gerät dann, hoffentlich, richtig cool, ich habe es noch leist bestellt, von daher werde ich euch dann zeigen, und ja, jetzt machen wir erstmal hier, Stärbchen in die Nase, von daher, bis gleich! Eiskalt, verzieht sie keine Miene? Ja! Eiskalt, verzieht sie keine Miene? Ja! Ja! Ich finde das ja so geil, wenn du irgendwie so Samsung als Partner hast, was ja ein Weltkonzern ist, und du dann mit einer der ersten bist, die einfach so ein Ding dann in der Hand halten können. Finde ich einfach cool! Schon, schon cool! Spaß! Ich bin jetzt echt gespannt, weil letztes Jahr auf dem Event waren die richtig coole Stationen aufgebaut und sowas. Ich heule gerade. Es ist alles so traurig. Nicht Spaß! Ich bin voll gespannt, was die Wiese hier so aufbauen. Es ist auf jeden Fall eine andere Location. Unser Test ist natürlich auch negativ, was sehr positiv ist. Ja, genau. Jetzt mal schauen. Auf jeden Fall eine riesen Anlage hier. So richtig Berlin-Style, oder? Was sagst du dazu? Ich bin sehr berlinig. Jan, stimmt uns. Let's go Abwehr! Wow! Finally got my coffee! Also, wir sind jetzt hier in der Location. Die Leute sammeln sich jetzt an. Das sind halt so Team Galaxy Mitglieder. Also halt so Influencer und sowas. Nicht ganz so meine Welt. Ich kenne da auch eigentlich fast keinen. Aber die sind alle voll cool in dem, was sie machen und haben eigentlich so voll die kreativen Menschen hier. Auf jeden Fall jetzt dann wird's in vier Minuten geht's los, glaube ich. Und dann mal schauen. Ich bin voll gespannt. Ich freue mich drauf. Ich weiß hier schon, was passiert. Also ich weiß, was für Geräte rauskommen. Aber wie die aussehen und wie das alles gleich abläuft, was es gezeigt wird, weiß ich nicht. Und da bin ich gespannt drauf. Und ja, es steht auf jeden Fall ein bisschen Content-Creation an mit dem Jan hier. Ich bin ganz froh, ihn dabei zu haben, gell? Ohne dich wäre das alles nichts. Von daher, ja. Ich habe jetzt schon meinen dritten Kaffee getrunken. Der Jan auch. Wir haben jetzt einen kleinen Trophäen-Shop hier. Aber ist geil. wir sind so gesagt. Und da, vielleichtgado? Und da hunch heißt. Und das fällt auf! Dir will ich gerne rein. Du möst das denn, wirst du weg? Das letzte st minions. Okay. So, Friends, also Berlin ist erledigt. Ich muss jetzt zum Flughafen düsen. Der Berufsverkehr ist mal wieder Bombe hier in Berlin. Denn ich flieg wieder nach München zurück. Das Unpacked-Event von Samsung war richtig geil. Ich habe auch kein Geschenk bekommen. Und zwar ist das gerade rausgekommen. Also im Moment wird das gerade noch vorgestellt, weil es ist jetzt 16.45 Uhr und das läuft seit 45 Minuten. Ich habe einfach einen Galaxy Tab S8 wieder draufgekommen. Es ist gerade draufgekommen. So geil. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch noch ein Geschenk, das ich jetzt erstmal hier installieren werde und auspacken werde im Flieger. Aber es hat mir auch richtig viel Bock gemacht heute wieder in Berlin. Es ist einfach geil, auch wenn es weiter nicht schön war. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Es war so ein spontaneous Vlog. Von daher danke an Jan, dass er wieder am Start war. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace out.